Was ist das Besondere an dem Tall Monopod? Geändert hat man die Aufnahme bzw. vor allen Dingen auch das Wechselsystem von Waffenauflage zur Optikaufnahme. Immer noch 360 Grad drehbar in alle Richtungen, um die Waffe in sämtliche Richtungen schwenken zu können oder auch die Optik. Wenn ich jetzt wechseln möchte auf ein optisches Gerät, löse ich diese Sperrklinke, drücke einen Knopf und kann ganz leicht die Gabel entfernen und die Kamera einsetzen. Der Monopod besitzt einen ergonomischen Pistolengriff und wenn ich den Abzug betätige, kann ich stufenlos in der ersten Phase verstellen. Brauche ich ganze Höhe, fasse ich hier an und ziehe das untere Teil heraus und habe jetzt die Möglichkeit die ganze Länge zu nutzen. Die nutzbare Länge des Steelstocks beträgt 84 cm bis zu 165 cm. Viel Wartmannsheil und Erfolg mit dem Primo Steelstock wünscht das Team Winz! www.spolitik.com Untertitelung des ZDF, 2020